Moin Moin! Willkommen bei SimSantino. Ja, heute wollen wir eine neue Let's Build Reihe starten und ich habe mir direkt etwas überlegt. Denn eigentlich baue ich nicht so klotzmäßige Häuser, sondern ziemlich formige Häuser. Die haben eigentlich eine Form. Immer meistens was schönes. Aber heute habe ich mir überlegt, dass ich mal ein Klotzhaus baue. Irgendwie habe ich da mal Bock drauf. Ein modernes, ein modernes Klotzhaus. Modern. Da muss ich mir noch was überlegen, was wir eigentlich da für Namen nehmen sollen. Ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, ich muss das Overlay euch noch ein bisschen kleiner machen. Das ist mir in der letzten Folge aufgefallen. Ihr wollt das noch kleiner haben, ja. Aber das ist zu klein, dann sehe ich nichts mehr. Aber ihr wollt das ziemlich klein haben. Das ist mir aufgefallen. Also ihr nicht, aber ich merke das in den Videos. Aktuelle Einstellungen bei beiden. Ja, ihr mögt das irgendwie ganz gern so klein. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie mögt ihr das gerne. Ja, also zumindest sieht das in der Aufnahme besser aus. So, wir müssen mal schauen. Oh, ich muss erst mal wieder eintappen. Ja, also sowas weiß es. Ich weiß es nicht. Ob man da vielleicht auch noch mal was mit nachhaltig Leben macht oder ob man da jetzt auch schick mit Strick nimmt. Weil ich bin ja immer noch mit nachhaltig Leben und Evergreen Haber am Gang. Das sind ja coole Teile, aber ich weiß es nicht. Ich finde hier eigentlich das weiße auch ganz cool. Kann man da vielleicht was mitmachen? So einen weißen Holzklotz? Ja, das ist ziemlich klotzig, ne? Aber da kann man ja was rausholen, finde ich. Also ich baue immer gerne einen Klotz, weil ich kann aus Klötzen mega gut was rausholen. Ja, und hier oben kommen dann wieder diese Solarzellen rein. Oder ne, die heißen hier, glaube ich, Sonnenkollektoren. Ja gut, ist das das gleiche eigentlich? Ne, ich glaube nicht, aber für mich sind das immer Solarzellen. Naja, macht ja auch nix. So, ich muss mich nochmal kurz bieten. So, dann machen wir mal weiter. Wir können ja vielleicht auch mal diese neuen nachhaltig Leben Fenster nehmen. Nicht diese typischen modernen Fenster, sondern natürlich hier diese neuen. Die hat man ja auch schon im Base Game. Aber diese oder diese fette und die sind so cool. Ja, Leute, ist das nicht cool? Ich finde die mega, mega, mega cool. Ja. Guckt euch die doch an. Das ist irgendwie sind die cool. Ich mag die Fenster wohl, aber irgendwie passen die auch nicht so gut. Ich weiß es nicht, was die Fenster angeht. Wenn ich noch ein bisschen unentschlossen ähm, wir können mal schauen. Ich finde diese Tür eigentlich nice. Also das ist ja eher für Container. Und das ist so offen. Das finde ich nicht so nice. Die habe ich schon zu oft benutzt. Irgendwie ist da die Luft draus. Aber irgendwie will ich lieber eine niedrige Wandhöhe haben. Ja, sonst ist alles zu groß. Ich würde schon die nehmen, ne. Die finde ich ganz geil. Ja, wir haben auch noch die, aber die würde ich eher hinten nehmen, ja. Hm. Ich finde die eigentlich schon ganz nice. So im Schwarz. Hm. Das könnte man wohl machen, oder nicht? Was meint ihr? Einmal in die Garmentare. Ich würde dann schon tatsächlich diese klassischen Dinger nehmen. Also diese hässlichen. Also nicht, dass sie hässlich sind, aber eigentlich würde ich die schon ganz gerne nehmen. Ja. Muss ich ganz ehrlich sein, ja. Eins, zwei, drei, vier. Ja, das kann man sich mal merken. Eins, zwei, drei, vier. Wie viel habe ich da benutzt? Auch vier. Und dann kann man direkt mal ausmessen. Der ist da ein länger. Ja, okay. Dann kann die Tür da rein. Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Ich planiere nichts, aber irgendwie versuche ich gerade dieses Fundament. Ähm. Ja, ja, ja. Ne, egal, aber ich habe gerade versucht, was zu reparieren, was nicht geht. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Ja, ich rechne immer ganz gerne. Also bei solchen Häusern ist immer Mathematik das Wichtigste aus meiner Sicht. Und da wieder auch nochmal eins, zwei, drei, vier. Dann nochmal eins, zwei. Drei. Und da eins, zwei. Eins, zwei. Drei. Genau. So machen wir das. Ja, ich habe irgendwie mal wieder voll Bock, mit euch eine Let's-Bild-Reihe zu starten, weil mit oft, mit, ups, äh, ich meine mit euch baue ich nicht so oft, ja. Ich baue ja meistens privat und irgendwie habe ich jetzt mal Bock, mit euch was zu bauen. Ja, also mir fehlen aktuell so ein bisschen immer die Ideen und darum bin ich aktuell ein Klotzbauer. Wenn ihr geile Ideen habt, schreibt die gerne mal rein. Ich setze mich, ich setze mich ran. Genau. Also ich werde mich jetzt auch bemühen, immer neue Ideen zu sammeln, aber ich mag am liebsten eure Ideen umsetzen, weil ihr meistens viel coolere Ideen habt als ich. Dann freue ich mich immer auf eure Ideen Vorschläge. Und ja, da warte ich drauf. Also ihr habt bestimmt wieder kreative Ideen, wo ihr sagt, ja, ich könnte es zwar selber bauen, aber tu es nicht. Und so weiter. Ja, wisst ihr ja, wie das ist. Das war übrigens kein Einbrecher. Das war mein Hund. Falls man im Hintergrund etwas davon gehört hat. Puh, ich weiß auch noch nicht, wie lang ich Let's Build reinmache. Also wie lang die Folgen davon gemacht werden. Ich habe halt noch absolut keine Erfahrung, was Let's Build auf YouTube angeht. Ja, ich habe ja halt nur so ein bisschen Erfahrung, was Let's Play angeht und weiß ungefähr, worauf man achten muss, damit das gut ankommt und so. Und ja, aber was jetzt Let's Build angeht, puh, da bin ich echt nicht so der Schlauste. Ja, ich denke mal Let's Build ist so wie Let's Play, ne? So, wir müssen erstmal Grundstücksmerkmale festlegen. Übrigens, ich konnte gerade so schnell bauen, weil ich jetzt schon mehrmals versucht hatte aufzunehmen und das alles irgendwie nicht geklappt hat. Und dann habe ich das halt immer wieder gelöscht und immer nochmal neu gebaut. Darum habe ich jetzt auch nicht mehr die größte Motivation. Aber natürlich baue ich. So, ich habe jetzt hier schon mal Öko-Grundstück gewählt und dann würde ich vielleicht noch natürliches Licht wählen. Ja, ich finde geothermisch auch ganz cool. Also, das war es ja schon, stimmt. Genau, das Modern, wie nennen wir das? Modern Block oder sowas? Muss ich mal gucken. Ja, hier oben ist immer Platz für Sonnenkollektoren. Tut das, Leute. Dann habt ihr immer Strom, wenn ihr nachhaltig Leben habt. Wenn ihr kein nachhaltig Leben habt, könnt ihr in die Galerie gehen. Dort könnt ihr nämlich auch mal irgendwie nach Solarzelle oder so googeln. Da gibt es auch welche. Die gibt es, glaube ich, auch im Debug. Ähm, die kann man dort auch finden, glaube ich. Ja, 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 die findet man da auch. Aber dann muss man eben gucken. Also, wenn ihr nur Basegame habt. Die gibt es im Basegame auch. Falls ihr auch gerne so Solarzellen haben wollt. Aber die sind ja leider nur Deko. Das tut mir leid. Also, dann braucht ihr schon nachhaltig Leben. Aber es ist wirklich ein nicht so cooles Pack vom Gameplay her. Ja, also, wer jetzt wirklich knapp bei Kass ist und sich nicht jedes Pack kaufen kann, der sollte vielleicht nachhaltig Leben nicht kaufen. Meine persönliche Empfehlung. Ich habe damit, glaube ich, wenn überhaupt drei Folgen auf YouTube gemacht, weil dann irgendwie schon alles erkundet und aus, äh, durchgespielt war. Ja. Und ich glaube, das ist ein ziemliches Zeichen dafür, dass das nicht so interessant ist. Äh, ich bin erkältet. Nur so zur Info. Deswegen muss ich mich auch regelmäßig muten und so, weil ich dann mal husten muss und so. Ich weiß nicht, warum ich im Sommer erkältet bin. Ich produziere nicht gerade im Winter vor oder so. Das ist jetzt alles neu. Ja, klar. Ich kann ja gar nicht vorproduzieren, weil das Pack ja noch gar nicht im Winter da war. Was ich an den Seiten gleich mache, das zeige ich euch mal. Ich muss jetzt erst mal hier den Rest fertig machen, aber ich habe da einen kleinen Trick. Das nennt sich nämlich Vergrößerungscheat oder eher gesagt in dem Sinne Verkleinerungscheat. Das funktioniert nämlich folgendermaßen. Wenn wir jetzt hier mal nach unten gehen, dann haben wir das hier. Und wir können mit diesem Apostrophzeichen, wenn man das so nennt, oder ist das... Ne, doch. Das ist ein Apostrophzeichen. Können wir es größer machen. Das ist die Taste neben dem scharfen S, neben dem SZ. Und mit dem SZ, mit dem scharfen S, kann man kleiner machen. Und guckt, jetzt passen die auf einen Block und jetzt mache ich das eben so. Und dann brauchen wir einen kleinen Cheat. Und zwar den... Ups, äh, den... Ups, jetzt... Bw.moveObjectsOnCheat oder auch True. Und dann kann man das platzieren. Das ist eine Scheißarbeit. Sorry. Aber dann geht das. Natürlich. Man kann das machen. Ähm... So. Ja, das kann man auch später machen. Das müssen wir jetzt nicht machen. Ja, ihr merkt, das habe ich... Ah, ne. Das habt ihr noch nicht gesehen. Aber das mag ich gerne machen mit den Solarzellen oben drauf. Das werdet ihr auch nochmal später sehen. So, wir müssen jetzt erstmal die Raumaufteilung ganz grob machen. So, mit B könnt ihr nämlich direkt das Wandtool öffnen. Kleiner Baumeister-Trick. Wie kann das sein, dass es schon so klein ist, dass es schlecht aussieht? Ich glaube, ich muss es einen Ticken größer machen, weil inzwischen sieht es, glaube ich, schon schlecht aus. Ähm... Änderungen anwenden und dann schließen wir das mal kurz. Sorry, dass ich so in den Einstellungen bin. Ich wollte ziemlich offen arbeiten eigentlich. So, wir müssen gucken, wo ein bisschen zu ist. Ja, ich mache heute einen typischen Anfängerfehler. Ich mache große Räume. Aber, ja, man darf auch mal große Räume machen. Da soll das Wohnzimmer rein. Ein XXL Wohnzimmer. Aber ich habe geile Ideen. Da kommt die Küche rein. Genau. Mit Esszimmer. Und dann wollen wir noch ein Bad haben. Ein Bad mit Waschtag. Und wir wollen... Was brauchen wir noch unten? Ja gut. Eigentlich brauchen wir oben die Etage gar nicht mehr. Man könnte... Was macht man da oben dann noch drauf? Kann man die nicht einfach löschen? Tatsache, das geht sogar. Ja gut, dann bauen wir heute mal ausnahmsweise ein Bungalow. Warum nicht? Ich muss mir noch mal kurz... So, sorry. Aber, ja, wir bauen mal ein Bungalow. Weil, was sollen wir sonst reinmachen? Weil dann kann man auch die Räume ein bisschen kleiner machen. Ja, genau. Ein Bungalow bauen wir auch zu selten. Bungalows sind eigentlich viel cooler, als man denkt. Ja, es gibt coole Bungalows. Aber es gibt natürlich auch nicht so schöne Bungalows. Gut, ja. Da müssen wir jetzt planen, 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 planen. Ein Kitty-Zimmer. Und dann kommt da das zweite Kitty-Zimmer rein. Mhm. Das ist übrigens keine Beleidigung an die Kinder. Ich sag nur ganz gerne ein Kitty-Zimmer. Und dann machen wir das hier so. Da kommt dann das schöne Elternschlafzimmer rein. Und hier neben kommt noch ein kleines Kitty-Zimmer rein für das Baby. oder für das kleine Kitty. Und da lassen wir es weg. Kitty-Zimmer, ja. Warum denn nicht? Ist doch auch mal ein anderer Name. Ja, hier haben wir wieder unsere extrem subtile Untertasse. Ich finde es ja ganz geil. Äh, ich habe vorhin noch so ein Video geguckt vom Simphons.de und der findet diese Idee beknackt. Aber ich finde es eigentlich genial, weil ich muss die sonst immer verkleinern. Also ich finde es gut. Klar, es ist noch ein Objekt mehr, aber irgendwie finde ich es geil. Also es ist meine Meinung. Ich will ja niemandem verbieten, seine Meinung zu äußern oder seine Meinung zu haben, aber ich finde es geil. Also ich bin ganz froh darüber. Ja, also irgendwie, ja, wer macht das nicht? Ey, das sind die subtilen Untertassen. Wer hat die nicht im Haus so verkleinert? Das sind exakt die gleichen, aber trotzdem, ich finde es irgendwie geil. Ähm, das wird kein Familienhaus, das wird ein Modern White. Ja, ein Modern White. Das wird das Modern White, wenn ich jetzt im White richtig schreibe. Ja. Ich kann es nämlich gar nicht lesen. Doch, ich kann lesen, aber ich kann jetzt das nicht sehen, aber doch White steht da. Ja, weil, äh, das ist jetzt so klein. Mein Benutzer-Overlay. Was ist das? Ey, das ist cool. Ja, wir wollen einen Modern White nehmen. Ähm, das wird kalt sein. Das ist ein kaltes Haus. Ja, es ist kalt. Es ist durchaus kalt. Mhm. Ja, warum ich so ein kaltes Haus baue? Ganz einfach, weil ich da auch mal Bock drauf habe, irgendwie. Also, ich baue halt immer so warme Familienhäuser und irgendwie ist das jetzt mal aus. Jetzt gibt es keine warmen Familienhäuser, mehr. Jetzt müssen die Kiddies frieren. Jetzt gibt es weiße Häuser. Wow, ein Traum in Weiß. Ne, Leute, irgendwie sieht das doch geil aus. Ja, ja. Wir arbeiten überall mit dem gleichen Boden. Hm, ich hab mal was vor. Ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Wenn das schlecht aussieht, dann lassen wir das auch direkt wieder. Aber ich hab jetzt mal vor, so ein richtig cooles Modern White zu bauen. Ein Traum in Weiß soll das werden. Ja, ob das was wird oder ob das nix wird, das weiß ich noch nicht. Aber ich denke mal, das könnte was werden. Aber irgendwie ist das cool. Also, ich bin ja eigentlich ein Schwarzliebhaber, aber irgendwie hab ich echt mal Bock auf Weiß. Auf Weiß. Ja, das sieht auf jeden Fall gar nicht so schlecht aus. Es sieht irgendwie kalt aus. Also, da wird mir ganz kalt irgendwie, aber irgendwie ist es schön, ja. Übrigens, ich hab jetzt auch einen neuen Kanalbanner apropos kalt. Deswegen, ähm, weil ich hab einen warmen Kanalbanner, einen neuen, einen knalligen, einen bunten Kanalbanner. Und hier ist das Elternschlafzimmer, ne? Da ist das Badezimmer, ja. Und, äh, ja. Das ist ganz cool geworden, glaube ich. Ich hab einen Sommerbanner jetzt. Äh, in der Jahreszeit, in jeder Jahreszeit wird das gewechselt. Also, im Herbst, im Winter und so, ne? Das wechselt dann immer. Ich glaube, das ist ganz cool. Ich glaube, aber da brauch ich eure Meinung auch mal, ja. Ey, das ist ja auch schick, aber das ist auch so weiß. Ah, nee, ich wollte ja weiß nehmen, ja. Ja, es wird mir schon wieder zu weiß irgendwie. Ja, es ist weiß lastig, aber ähm, wir werden die einfach schnell umfärben, falls es zu viel weiß wird. Ja. Ich kann noch nicht garantieren, dass es zu viel weiß wird. Ähm, weil ich eigentlich ja eben, wie schon bereits gesagt, nicht so der weiß Fan bin. Aber muss man weiß Fan sein, um ein weißes Haus zu bauen? Oh, nö. Genau. Ja, ne, ne, ne. Okay. Ja, jetzt haben wir ein Problem, weil ich meine, dass man kleine Räume braucht. Wo kann man den Eltern denn noch Platz geben, indem man den Bad einklaut? da. Ja, ey, endlich musste ich mal ein Schlafzimmer vergrößern, weil einfach zu wenig Platz da war. Das ist so selten. Ich hab mich irgendwie, das ist ein Erfolg, dass ich mal ein Schlafzimmer größer machen muss. Ja, es ist kalt und weiß, aber was soll es auch? Hm. Und ich hab einen Lieblingsspiegel. Auf jeden Fall. Falls euch das so interessiert, mal. Das ist mein Lieblingsspiegel, ey. Der ist so cool. Dieses Leuchten und dieses Luxusmäßige, ja. Das ist wirklich nice, ne? Hm. Das ist auch ein Traum. So, jetzt kommt hier der nächste weiße Raum rein. Ich kann weiß danach nicht mehr aufstehen wahrscheinlich. Danach wird alles bunt gemacht. Danach mach ich das bunte Haus. Ja, warum nicht? Nee, nee. Ein buntes Haus wird nicht meine nächste Reihe, wenn ich im Urlaub bin. Währenddessen kommt dann eine neue Reihe und die wird nicht bunt. An der hab ich aber auch noch nicht so viel gearbeitet. Hier noch eine schicke weiße Toilette. Ist ne moderne Toilette. Ja. Ist ne moderne. Und dann brauchen wir auch noch eine moderne Dusche. Und dann nehmen wir. Was nehmen wir? Wir nehmen diese hier, weil diese cool ist. Gibt's ja auch in weiß. Sonst kann ich sie nicht nehmen. Weil ich eine weiße Dusche brauche. Nee, 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 nee. Nee, gut. Tschüss. Das war's jetzt, liebe Dusche. Nein, das war's nicht mit euch, aber... Abflug. Ja. Welchen ich weiß. Diese Dusche hier finde ich absolut hässlich, Leute. Das ist die billigste. Nee, das ist die billigste. 300. Dann 75. Die ist aber... Die finde ich sogar nice. Mit der arbeite ich voll oft. Die finde ich eigentlich auch voll cool. Irgendwie weiß ich nicht, worum. Aber diese billige Dusche ist einfach gefühlt die geilste Dusche, die es gibt. Wisst ihr, was ich gerne mache? Das da so reinbacken. Und dann... Ja, hat das noch so einen modernen Look. Findet ihr nicht? Oder nicht? Also ich finde, das ist dann immer sehr passend. Das macht es nochmal so wieder mit diesem modernen Look. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie lange man letztes Bild rein am besten macht. Wisst ihr das, Leute? Könnt ihr mir das mal kommentieren? Oder anders? Welche Länge bei Let's Build rein gefällt euch denn am besten? 50 Minuten? Oder... Na, Abstimmungen gibt es nicht mehr. Kommentiert mal rein. An die, die Zuschauer von mir sind, bitte einmal kommentieren. Ich erwarte eure Kommentare. Das ist ja cool. Das kann man so schick aneinander machen, ja? Ey, das ist ja auch eine geile Idee. Eine neue Idee. Und wollen wir noch eine Borde-Borne reinbauen? Ja, wir bauen noch eine Borde-Borne rein. Ist die cool? Das ist die cool. Ne, die ist mega hässlich eigentlich. Die teuerste ist hässlich. Die billigste ist eigentlich voll cool. Mit der kann man voll gut arbeiten. Ja. Ich habe eine kleine Idee. Aber ich kann noch nicht garantieren, dass diese Idee gut geht. Es geht, aber... Es geht voll klar. Äh, irgendwie ist das cool. Oh. Aber natürlich werde ich das nicht so machen. Ah, nein, 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 nein. Meine Borde-Borne. Ne, 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 das wollte ich so nicht, aber... So, irgendwie finde ich... Ne, komm. Da brauchen wir auch keine Halbwand mehr. Ne, 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 ne. Das lassen wir mal lieber. Das lassen wir mal. So, äh, wir nehmen uns jetzt weiße Handtücher, weil weiße Handtücher voll geil sind. Nein. Aber wir nehmen uns jetzt weiße Handtücher, weil wir weiß bauen, ja. Bin ich blöd, wenn ich 20 Minuten letztes Bild mache? Ja, bin ich, oder? Hm. Ja. Man merkt es so. Oh nein, jetzt habe ich vergessen, mich zu muten. Den ganzen Tag mute ich mich, wenn ich aufnehme und ich irgendwie husten muss oder Nase putzen muss. Und dann einmal, wenn ich niesen muss, dann vergesse ich es. Und Achtung. Entschuldigung, ich bin wieder da. Das ist gar kein Cut, aber ich merke, dass 20 Minuten letztes Bild genug sind, weil ich nicht so viel und so lange letztes Bild mache. Ja, okay. So, das ist der Erfolg für heute. Ein wunderschönes Kastenhaus. Was ist das, was ich? Ein wunderwunderschönes Haus. Es ist noch längst nicht fertig und ich muss